Was bedeutet Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir unsere Ressourcen so einsetzen, dass sie sich möglichst wieder regenerieren können. Auf Meravis, auf den Betrieb unserer Wohnungen, wohnanlagenbezogen, bedeutet das, dass wir unsere Heizungen, die für Raumwärme sorgen, die für Warmwasser sorgen, so einstellen, so optimieren, dass sie möglichst wenig Energie verbrauchen. Das bedeutet für neue Anlagen, dass wir dort möglichst viele erneuerbare Energien einsetzen. Das kann Photovoltaik sein, das können Pellets, Holzhackschnitzel sein, um eben möglichst wenig CO2 auszustoßen. Es bedeutet, dass wir auf Stand-by keine Geräte mehr laufen lassen, sondern dass wir sie ausschalten, wenn wir gehen. Wir versuchen auch, mit unseren kleinen Maßnahmen möglichst viel zum großen Ganzen beizutragen.